Du bist drüben, oder was? Jo. Ich schwöre nicht, ich habe unten was gehört. Okay. Das ist das Spiel dumm teilweise. Ich komme von der anderen Seite raus. Ja. Okay, das klingt aber auch echt komisch von dir gerade. Also doch. Unten liegt von dir. Einer tot. Einer tot. Da ist nur noch einer. Der hatte eine Pistole. Auf der selben Stelle muss er sein. Ich habe einmal eine Pistole herangeschossen. Ah, okay. Du bist unten. Nein, das ist er, das ist er. Okay. Ich bin oben noch drin. Hinterm Truck dahinten, wo ich meinen Typen letztens erschossen habe, weißt du? Ja. Hab ihn. Alter, dieses... Alter, die haben... 8,55 ey. Bei vor uns, äh, vor uns rechts. Er rennt nach rechts. Rechts, äh, ja, da läuft er. Aua. Ich umläuft die Halle rechts. Jawoll. Ich muss mal kurz S-Marsch anwenden. Ab und her. Okay. er läuft wohin keine ahnung irgendwo zwischen uns jetzt hat kurz gesprintet ich bin direkt an der ecke bist du offenbar gleis er ist weg gerannt nach hinten raus ich bin jetzt zweimal rechts um die ecke von dir aus gesehen ja nee der ist runter gerannt wo es quasi runter geht hinter old gas station weißt du ich weiß nicht ob das der einzige war okay ich denke der ist erstmal weg ich gebe noch mal kurz ein pflaster drauf ich bin gerade kurz gesprintet kurze sprint war ich okay der kann gleich über gold gestern durch den tunnel kommen ja ich halte mir die stellung klebt noch ein pflaster drauf alles klar nein der kämpft hier mit mir um die ecke bei dir ein paar gute treffer eingesteckt hab ihn ist tot ist tot doch doch noch ein zweiter die ist am gebäude jetzt linke seite ja 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 du hast doch ps munition mit oder ja guck rein vorher in den toilet und pack dein geld da rein dass du ein platz weniger unten was meinst du reingucken? ps? ps irgendwie fünf schuss irgendwie reinlegen da in die gleiche warum? weil ich jetzt ne sks gefunden hab und die halb leer ist ok wie ich es voll machen kann komm kannst du 15 obwohl 20 dann kannst du sogar ein magazin zweimal befüllen ich bin entspredabler gott ich hab ne granate geschmissen das ist schrecklich ich soll denn je vielleicht mal nicht mal belegen 10 von 10 richtig entfernt hier am werk ja voll schnell spendabel ja ich bin schnell spendabel ich lieg noch ne granate oben drauf da läuft was rechts oben 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 zwei leute einer ist abgehauen einen hab ich einer ist tot einer ist tot runter gedroppt hä da fehlt noch einer was war das denn? da oben läuft nur einer ok äh hinten raus gerannt hinten raus hinten links ist gabelstapler hinten jo hat mich beschossen jo da muss man eben nachladen hier ist noch einer es sind drei ok ich kann dir nicht helfen alter ich kann jetzt nachladen nicht abbrechen ja alles gut alles gut alles gut alles gut ich seh den dritten nicht mehr der ist immer noch hinten links der ist immer noch hinten links von links kommt was pass auf jawohl ich geh erstmal in deckung her Halt mich, scheiße Hab einen Okay, der ist jetzt am blauen Zaun Ich weiß nicht, wo du bist, links Ist er durch, ganz links, genau Ich höre ihn laufen Oh Mann Ich habe ihn auch getroffen SKS, Nachlagenfeld, Schrott Keine Ahnung, wo der hin ist Der muss zurück hinterm Zaun Wo der herkam, wo wir herkamen, meinst du? Ja Da muss ich gleich vorsichtig sein Meine Leiche liegt hinter dem Toilettenhäuschen So können sie sich Ich höre ihn, rechts Warte, warte Ich höre ihn hinter den Burschischen Lochen zu Was ist da oben auf der Treppe oder sowas? Keine Ahnung Krabbelt obenrum, sollte man hören Ja Von hinten schießt aber einer Von der Busbahn, wo wir hergekommen sind Oh ne Deckung, Deckung Vom Busbahnhof kam was, hat geschossen Ja Oh Mann ey Da liegt der, okay Da kann was durch den Quoteen eigentlich kommen, ne? Oh der hat die Weihnachts-AK Junge, Junge, Junge Puh Shish Moment Don't mind if I do ey Der hat alles von Weihnachten Der hat sich komplett ausgerüstet, der Junge Oh Usch Genau, da kommt einer durch die Mauer durch Ist hinter der Mauer oder sowas Genau, da ist ein Loch gleich Ah, ist nur ein Skeff, okay Ich weiß nicht, ob der durchkommen kann Deine West, ob du da irgendwas rausschmeißen kannst Und damit du nachladen kannst Da hat er auch noch ein BP drinne, Alter Ich glaube ich spinne Alter, ja Oh mein Gott Aber wie ist Faul in Raid? Boah, was ist denn mit dem los? Oh Junge ey Das ist ja wie Weihnachten hier Hier E-S-March und T-46M runter auf die Einzel-Slots Dann schmeiß die Bärmitte weg ey Was? E-S-March? Achso Ja, du hast diesen 4er-Slot, genau Oh, D-Fuel vorher Sehr geil PS-Molition würde ich zum Beispiel auch wegschmeißen PS Da unten, ja Ich fesche oder eventuell raus, wenn du sie jetzt noch nicht brauchst Um alle Türen zu Hinter uns Geht wieder raus, alte Position Jo Kommt gleich eventuell was Die sind quasi bei dem Ja, Roadblock da Ja Standart mit dir die Gäste weg Tja Da kommen sie Zwei Stück Einer ist rechts schon durch Ja Links seh ich nicht Links ist hinter die Mauer zurück Der andere ist bei den Mülltonnen da Bei den blauen Links liegt glaube ich hier Auf links kann durchgucken, die Lücke durchgucken Ja Jetzt kann auf die andere Seite der Lücke gesprungen Ah, der flinkst da an, oh Fuck Andere ist rechts um die Ecke noch Der ist an dem blauen Container gewesen Ja 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 Puh, Puh, Puh. Nein, nicht das! Egal. Hört das zurück hier. Oh. Ist aber wild hier. Die sieben muss doch noch mal drücken, ey. Wenn der weiter so entspannter sitzt. Das sieht gut aus. Oh, ist der zweite. Okay.